Hallo! Die Geburt eines Kindes verändert das Leben der Eltern immer. Diese Familie muss sich jedoch Schwierigkeiten stellen, von denen sie weder ihren Nachbarn noch ihren Freunden oder gar dem Arzt erzählen können. Aber wie so oft können die Helden das Geheimnis nicht lange für sich behalten. Katie, eine junge Mutter, kommt auf die französische Polizeiwache und erzählt, dass sie ihren Mann seit einer Woche nicht mehr finden kann. Sie sagt, dass sie in der gleichen Fabrik gearbeitet haben und dass man den Mann auch dort nicht finden kann. Es gibt keine Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu treten und ihr einziger Verdacht ist, dass ihr Lebensgefährte in sein Heimatland zurückgekehrt ist, da er Spanier ist. Die Frau möchte jedoch keine Hilfe der Polizei, um ihren Geliebten zu finden. Sie weiß, dass sie mit zwei Kindern allein nicht zurechtkommt. Katie fragt, ob sie ihren jüngsten Sohn für eine Weile in die Obhut einer Pflegefamilie geben könne, bis sie wieder auf den Beinen ist. Das Baby weint viel und nimmt viel Energie in Anspruch. Der Polizeibeamte ist überrascht und versucht, die Frau davon abzubringen. Wir springen ein paar Monate in der Zeit zurück. Ein kleines Mädchen, Lisa, weckt ihre Mutter und während diese sich müht aufzustehen, macht sie sich ihr eigenes Frühstück. Sie essen und Katie bringt ihre Tochter mit dem Motorrad zur Schule. Dann geht sie zur Arbeit in der Kosmetikfabrik. Jeder Arbeitstag ist wie der andere, aber plötzlich fällt Katie ein neuer Mitarbeiter auf. Sie schaut sich den Mann in der Mittagspause an und geht dann wie üblich eine rauchen. Dort stoßen sie aufeinander und Katie erfährt, dass der Fremde Paco heißt. Die beiden mögen sich sofort. Ohne lange zu überlegen, werden Paco und Katie in der Toilettenkabine intim. Am nächsten Tag wartet Paco nach Ende seiner Schicht in der Nähe der Fabrik auf Katie. Katie sagt, dass das, was zwischen ihnen passiert ist, ein Fehler war. Am Abend schickt Katie ihre Tochter ins Bett und geht angeblich mit Freunden in ein Restaurant. In Wirklichkeit hat sie ein Rendezvous mit Paco. Beim Abendessen erzählt sie ihrem neuen Liebhaber von Lisa und erfährt, dass er keine Kinder hat, sondern nur eine kurze Ehe in seiner Jugend. Die Liebenden haben einen schönen Abend, der in Katies Haus fortgesetzt wird. Die kleine Lisa wacht auf und hört, dass hinter der Wand etwas vor sich geht, traut sich aber nicht aus dem Zimmer. Am nächsten Morgen kommt das Mädchen in die Küche und sieht ihre Mutter und einen unbekannten Mann, die in ihrer Hauskleidung ein Frühstück einnehmen. Lisa ist erschrocken und rennt in ihr Zimmer. Katie folgt ihr und erklärt ihr, dass Paco wahrscheinlich bald bei ihnen wohnen wird, so dass sie sich an ihn gewöhnen muss. Jetzt fährt Lisa mit dem Bus zur Schule und Paco nimmt den zweiten Platz auf dem Motorrad ein. Einige Monate später wird Paco vom Direktor der Fabrik vorgeladen und erfährt, dass Katie im Krankenhaus liegt. Sie bringt einen Jungen zur Welt, den Lisa Ricky nennt. Nun ändert sich das Leben des kleinen Mädchens drastisch. Ihr Stiefvater richtet ihr Zimmer als Kinderzimmer ein, doch alle Aufmerksamkeit gilt dem Baby. Und so sehr sich Paco auch bemüht, eine Beziehung zum fremden Kind aufzubauen, sie kann ihn einfach nicht akzeptieren. Nach einiger Zeit sieht Lisa Paco mit einer Frau auf der Straße. Ihr Stiefvater kommt unterdessen immer öfter zu spät nach Hause. Bei einer dieser Gelegenheiten kann Katie es nicht mehr ertragen und macht eine Szene. Sie sagt, dass Baby schreie ständig, sie habe nicht genug Zeit, um alles zu erledigen und beschwert sich dann, dass Paco ihr überhaupt nicht hilft. Er ist unhöflich zu seiner Geliebten, erklärt sich aber dennoch bereit, die Nachtschichten zu übernehmen und sich tagsüber um den Sohn zu kümmern. Bevor sie zu Bett gehen, versöhnen sie sich und träumen davon, dass bald alles wieder so sein wird wie früher. Am nächsten Tag fährt Katie in die Fabrik und Paco legt sich mit einer Flasche Bier auf die Couch. Doch seine Ruhe ist nur von kurzer Dauer. Ricky fängt wieder an zu weinen. Sein Vater geht in die Küche, um Milch für das Baby zuzubereiten, füttert es und wechselt dann seine Windel. Ein paar Stunden später kommen Katie und Lisa nach Hause und sehen Paco mit dem Baby in den Armen schlafen. Während der Stiefvater versucht, Lisa mit der Schule zu helfen, wechselt Katie die Kleidung ihres Sohnes und bemerkt etwas sehr Merkwürdiges. Sie ruft Paco und zeigt ihm den blauen Fleck auf dem Rücken des Kindes. Die Frau verlangt, dass ihr Geliebter gesteht, was er getan hat. Sie scheint überzeugt zu sein, dass er seinen Sohn fallen gelassen hat. Paco wird wütend und bestreitet die Anschuldigungen. Er ist angewidert, dass Katie sowas überhaupt für möglich hält. Es ist morgen und Katie kann immer noch nicht schlafen. Ihre Tochter kommt in die Küche und fragt sie, ob Ricky sterben wird. Ihre Mutter schimpft mit ihr, weil sie dumme Fragen stellt und rennt los, um ihren Sohn zu trösten, der wieder einmal zu weinen beginnt. Sie zieht das Baby aus und bemerkt, dass Ricky einen zweiten blauen Fleck auf dem Rücken hat. Bald darauf kommt Paco von der Nachtschicht zurück und Katie bittet ihn um ein ernstes Gespräch. Paco fragt sich, ob Katie wirklich glaubt, dass er ihren Sohn geschlagen hat. Seine Frau erwidert, dass sie genau das denke. Da steht Paco auf, zieht seine Jacke an, wirft seine Schlüssel auf den Boden und verlässt das Haus. Nun muss Lisa oft auf ihren kleinen Bruder aufpassen. Eines Tages wird sie von einer Puppe abgelenkt, während ihre Mutter nicht zu Hause ist und passt nicht auf Ricky auf. Als Katie nach Hause kommt und ihre Tochter bittet, ihren Bruder ins Wohnzimmer zu bringen, sieht sie, dass das Baby nicht im Bettchen liegt. Aber das seltsamste ist, dass sein Laken mit Blut befleckt ist. Bevor sie weiß, was los ist, hört Katie das Baby weinen. Sie und ihre Tochter sehen unter dem Bettchen nach, stellen aber fest, dass das Geräusch von oben kommt. Schließlich schauen sie nach oben und stellen fest, dass Ricky auf mysteriöse Weise auf den Schrank geklettert ist. Mutter und Tochter beginnen ihn herunterzulocken und lassen ihn aus Nachlässigkeit mit dem Gesicht nach unten fallen, als plötzlich etwas Verrücktes passiert. Die seltsamen Auswüchse an Rickys Schulterblättern erschrecken Katie und Lisa zunächst, aber nicht lange, wie es scheint. Sie baden den Jungen, decken sein Bettchen mit einem Laken zu und gehen zum Abendessen aus. Die Mutter sagt ihrer Tochter, dass sie ihren Sohn nicht zum Arzt bringen wird und verbietet Lisa, in der Schule über ihren Bruder zu sprechen. Vor dem Schlafengehen will Katie Paco anrufen, ändert dann aber ihre Meinung. Nach einer Woche sind Rickys Flügel bis zu acht Zentimeter lang geworden. Jetzt schläft er besser und weit weniger. Der Junge fängt sogar an, über der Couch zu schweben, aber immer noch ohne das nötige Selbstvertrauen. Seine Flügel werden jeden Tag länger und größer und bald wachsen dicke Federn an ihnen. Eines Tages kommt Lisa aus der Schule und sieht Paco. Er versucht herauszufinden, wie es ihrer Mutter und Ricky geht. Das Mädchen rennt jedoch zum Bus und weicht den Fragen aus. Währenddessen kauft Katie ein wissenschaftliches Buch über Vogelflügel und einen Helm, um Ricky vor Stürzen zu schützen. Zu Hause ziehen sie und ihre Tochter Ricky den Helm an und lassen ihn fliegen, was leider schief geht. Bald erfährt Katie, dass sie 2000 Euro in einer Lotterie gewonnen hat, an der sie seit Jahren teilnimmt. Voller Freude geht sie mit ihrer Tochter und ihrem Sohn im Supermarkt Geschenke kaufen. Dort lassen sie Ricky eine Weile unbeaufsichtigt allein. Als sie zurückkommen, stellen sie fest, dass der Junge verschwunden ist. Er hat sich die Oberbekleidung vom Leib gerissen und fliegt bereits unter der Decke, was die Aufmerksamkeit aller auf sich zieht. Katie und Lisa flehen Ricky an, zurückzukommen, aber er hört nicht auf ihre Stimmen. Alle Besucher werden aus dem Supermarkt geworfen und der Sicherheitsdienst macht sich auf die Suche nach dem Kind. Die Mutter des Jungen vermutet, dass er von hellem Licht angezogen wird und bittet die Verwaltung, das Licht auszuschalten. Der Trick funktioniert. Katie und Lisa finden sich in einem Krankenhaus wieder. Ein Arzt, der Rickys unglaubliche Eigenart bewundert, lädt sie in seine Praxis ein. Der Arzt meint, das Kind solle gründlich untersucht und eine Zeit lang unter Beobachtung gestellt werden. Katie wehrt sich vehement gegen diesen Vorschlag. Sie will nicht, dass ihr Sohn zu einer Laborratte gemacht wird. Der Arzt beharrt darauf, dass ein solches Kind besondere Bedingungen braucht, die Katie zu Hause nicht hat, worüber Katie noch empörter ist. Sie nimmt ihrem Sohn mit nach Hause und findet vor dem Krankenhaus eine Schar von Journalisten vor. Schließlich nimmt sie die Karte des Arztes und schafft es gerade noch nach Hause. Am nächsten Morgen sieht Katie im Fernsehen einen Bericht über Ricky und den Vorfall im Supermarkt. Den ganzen Tag über patrouillieren Horten von Journalisten in ihrem Garten, um exklusive Kommentare zu bekommen oder um das seltsame Kind zu filmen. Eine unruhige Nacht vergeht und früh am Morgen klingelt es an der Tür. Katie schickt ihre Tochter ins Zimmer, um nach Rick zu sehen. Paco erzählt ihr, dass er die Geschichte im Fernsehen gesehen hat und fragt Katie, warum sie ihm nicht die Wahrheit über seinen Sohn gesagt hat. Katie entschuldigt sich bei ihm und sie umarmen sich. Paco sagt, er wolle seinen Sohn sehen. Er erzählt ihr, dass er nach Paris gegangen ist, um im Restaurant eines Freundes zu arbeiten und dass er die ganze Zeit dort nur von einer Sache geträumt hat, nach Hause zu kommen. Paco geht in das Kinderzimmer und sieht seinen Sohn umherfliegen. Das begeistert ihn. Aber Katie merkt, dass das Kind Angst hat. Es stürzt gegen Gegenstände und verhält sich anders als sonst. Sie fangen ihn auf und versuchen, ihn zu beruhigen. Paco merkt, dass das Kind leidet und nicht unter so gefährlichen Bedingungen leben sollte. Lisa bemerkt Blut auf Rickys Kopfkissen. Sie ruft den Arzt an. Er behandelt die Wunde und macht deutlich, dass dieses Zimmer nicht die richtige Umgebung für ein Kind dieser Art ist. Er erklärt auch, dass Rickys Flügel aus seinen Schulterblättern wachsen. Das bedeutet, dass sie auf lange Sicht abgeschnitten werden können. Eine solche Operation wäre vergleichbar mit der Trennung siamesischer Zwillinge. Nach einem solchen Eingriff würde das Kind natürlich viel Pflege und Aufmerksamkeit benötigen. Am Abend versucht Lisa, die Flügel ihres Bruders mit einer Schere abzuschneiden, wird aber von ihrem Stiefvater erwischt. Nachdem er sich seinen Sohn angesehen hat, geht Paco in die Küche, um seine Geliebte zu sehen. Er spricht an, dass die OP viel Geld kosten wird und schlägt vor, dass Katie einen Deal mit den Journalisten macht. Katie steht dieser Idee skeptisch gegenüber. Sie fragt, ob Paco deshalb zurückgekommen sei, um an ihrem Sohn zu verdienen. Paco fordert mehr Vertrauen und erinnert Katie daran, warum er sie zuvor verlassen hat. Nach einer Weile geht die Familie aus dem Haus, wo eine Schar von Reportern auf sie wartet. Die Reporter sind begeistert, dass sie das erstaunliche Kind endlich aus allen Blickwinkeln fotografieren können, auch in der Luft. Die jungen Eltern lassen ihren Sohn fliegen, indem sie ihn an einem speziellen Seil festhalten. Eine Schar von Journalisten, Eltern und einer Schwester rennen dem Kind zum See hinterher. Doch als Ricky hinter dem Horizont verschwindet, ist klar, dass er nicht zurückkommen wird. Die Reporter beginnen sich zu zerstreuen. Katie weint bitterlich. So verbringen sie mehrere Stunden. Während die Leute rund um den See nach Ricky suchen, bleiben seine Eltern und seine Schwester an dem Ort, wo sie ihn zuletzt gesehen haben. Doch die Suche endet ergebnislos. In den nächsten Tagen hängen Paco und Lisa in der ganzen Stadtvermisstenanzeigen auf, während Katie zu Hause bleibt und sich weigert, zur Arbeit zu gehen. An einem frühen Sonntagmorgen steht Katie auf und öffnet die Vorhänge. Paco wacht im Sonnenlicht auf und fragt sie, was sie gerade macht. Die Frau sagt, sie wolle am See spazieren gehen. Paco versucht, sie zur Vernunft zu bringen. Trotz der Bitten ihres Mannes verlässt Katie das Haus und geht zum See. Sie zieht ihre Schuhe aus und steigt ins Wasser, scheinbar entschlossen, ihr Leben zu beenden. Doch plötzlich hört sie eine vertraute Stimme, blickt auf und sieht ihren Sohn. Katie folgt Ricky ans Ufer und ist überrascht, wie sehr er gewachsen ist. Sie gesteht ihm, dass sie das Seil mit Absicht losgelassen hat, aber nicht, weil sie ihn loswerden wollte. Ricky ist glücklich über die Worte seiner Mutter. Er hebt sich wieder in die Lüfte und fliegt davon. Glücklich kehrt sie nach Hause zurück, umarmt Paco und Lisa und sagt ihnen, dass sie die beiden liebe. Einige Monate vergehen. Sie leben weiterhin zusammen. Jetzt wird Lisa von ihrem Stiefvater zur Schule gebracht und ihre Mutter bleibt zu Hause. Katie erwartet wieder ein Baby und scheint die Vergangenheit völlig hinter sich gelassen zu haben. Jeder Fantasy-Liebhaber wird dir versichern, dass man Filme dieses Genres nicht wörtlich nehmen sollte. Hinter jeder Geschichte steckt eine Metapher. Was glaubst du, wollte der französische Regisseur François Ozon mit dieser Geschichte über den Vogeljungen zum Ausdruck bringen? Schreib deine Theorie in die Kommentare. Und vergiss auch nicht, dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, wenn du coole Filmgeschichten magst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.